Lass es uns tun, lass uns Loomis Fargo ausrauben. Au! Au, David! Aus einer örtlichen Bank wurde ein Vermögen entwendet. Die Polizei spricht von einem der größten Bargelddiebstähler aller Zeiten in Amerika. Ich glaube, die Kugel ist einfach zwischen deinen Backen durch. Ja, es fühlt sich so an, als wäre das Ding genau in der Kibbe vorbeigeschraubt. Du barmherziger Vater, ich bin's, David. Hey, betet er? Vergib mir, dass ich die ganze Kohle gestohlen hab. Er betet. Ich verspreche, dass ich etwas Edles damit tun werde, wie ein Jugendcamp zu eröffnen. Für gefährdete Pferde. Der Kerl ist so uncool, Mann. Also, wen soll ich für euch umlegen? Nicht vor denen. Oh, einen von denen. Nein. David? Ja, halt durch, ich steh vor der Tür, mach dir keine Sorgen. Wann ist das ne billige Tür? Zähl das nächste Mal bis drei. Spann deine Möpse an. Was? Manchmal führt der Weg nach draußen direkt durch. No, 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 no! Sabotage! Untertitelung des ZDF, 2020